Bewegt ihr euch gerade? Nein. Bewegt euch mal bitte. Irgendwie. Lauf, lauf, lauf. Lauf um den Baum. Ja, bei mir sitzt er nämlich schon wieder auf der Stelle. Es ist doch ziemlich wahr. Ja. Hm. Oder wir müssen uns einen anderen Server suchen. Aber der Ping ist eigentlich ganz gut. Ja eben. Ich höre jemanden noch irgendwas trinken. Das ist toll. Ja. Merkst du was? So was kacka du. Tja. Hä? Wo? Tja, sagte ich. Was hast du denn verstanden, bitte? Ja. Ja, da. Ja, und nun? Ja, weiß ich nicht. Flo, mach mal ne Ansage. Danke. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich krieg jetzt auch keine Kette angezeigt und gar nichts. Ah, guck mal. Find-up, Verbindung zur Sitzung abgebrochen. Ja. Steht da. Genau. So ist Timed Audit. Bald noch ne Runde, ne? Ja. Bald noch ne Runde, ne? Ja. Ja, da mach ich hier mal kurz nen Cut und dann warten wir eben bis Flo wieder da ist. Bis gleich. So, neuer Server, neues Glück. Gucken wir mal, ob das bei Flo ein bisschen besser wird und sich einrenkt. Ähm. Schauen wir mal. So, jetzt gehen wir aber nicht nochmal über dieses scheiß Airfield. Wir laufen jetzt einfach mal weiter. Und das am besten immer dem Midi nach. Weil der Midi hat gerade total die Orientierung. So. Da ist der Midi. Bist du nur sagen, wo ich hinlaufen muss. Ja, du bist auch irgendwo hinter uns, ne? Ja, weg vom Airfield quasi. Na, ich lauf jetzt einfach mal. Da unten. Ja, ist er. Siehst du uns? Nein. Ja, du läufst in die richtige Richtung. Laufen wir mal weiter. Zum roten Turm. Von der Rotweißen. Ich würde gerade sagen, ich laufe auf den Rot und zu. Ja, du läufst in die richtige Richtung. Mal die Rechnerkiste, ey. Ansonsten bleibt bloß nochmal Internet restarten oder sowas. Ja, im Zweifelsfall werde ich gleich mal den ganzen Rechner neu starten. So, hier ein bisschen vorsichtig. Das könnte bestimmt ein ganz guter Treffpunkt sein. Das ist super, wenn man weiß, dass man keine anderen Leute sieht. Die Scheibe mal anders. So, hier sieht's aber ringsherum relativ ruhig aus, oder? Ich denke, müsst ihr das Städtchen da hinten gleich sehen. Ich hör'n Zombie, ich seh' nur keinen. Ich hör' keinen. Vorhin auch einen gehört und nicht gesehen. Wir laufen einfach über den Hügel drüber, quasi, ne? Ja. Einfach da weiter runter. Da unten ist auch schon die Stadt. Durch den Stein links und wieder runter, ja? Ja, genau. Wenn du hier zwischen den Bäumen, durch den Gelben durchschoss, siehst du die Stadt auch schon. Ah, ja, ich seh' sie. Ich seh' die Stadt, aber ich seh' euch immer noch nicht. Aber ich siehst' uns an der Stadt. Was gibt's denn da an der Stadt Schönes? Alles. Außenmilitär. Ah, okay. Also Gewehre und sowas hab' ich auch schon gefunden. Mission, Ausrüstung, Verpflegung, alles. Ich brauchte mal langsam wieder ein bisschen was zu futtern, vor allem. Ich hab' noch was dabei. Ich hab' eine ganze Menge dabei. Ja, ich hab' auch schon noch was, aber so langsam hört's auch mal auf. Mein Charakter kann momentan auch nur laufen, der macht gar nichts. Oh Mann. Ja, sonst hauck' ich mich gleich hier nochmal in den Wald. Ich könnte ja sonst schon mal weiter zur Stadt vorlaufen. Ja, wir nehmen die Stadt schon mal unter die Lupe und sagen dir gleich, wo wir sind. Ja, dann starte ich meinen Rechner mal neu. Ah, aber mach das bitte im Wald. Ja, ich hauck' mich hier über den Stein und die umgestützten Bäume hin. Wo ist denn der? Damit wir das auch wissen. Wissen, wo die um dich ausglauben sind. Wissen, also ich steh' hier noch im Wald. Oben noch oder weiter unten? Freie Sicht auf die Kirche. Noch in den oberen Teil oben. Ein Stück weiter unten von dem Türmchen. Da ist ein ungestützter Baum. Auf so'n Bein so'n Steinchen. Bisschen weiter rechts. Genau, da seh' ich ihn. Äh, seid ihr das? Ja. Dann seh' ich euch sogar gerade. Yay. Seh' dich nicht. Juvie. Weißt du nicht. Ja, hi. Weiter rechts, Midi. Den Abhang runter, weiter nach rechts. Also wenn du auf die Kirche guckst, weiter Richtung rechts. Juvie, Juvie. Juvie. Jetzt bin ich... Hä? Juvie, 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 Juvie. Tee. Juvie, 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 Juvie. Juvie, Juvie, Juvie. Achter. Boah, ich hab immer wieder das Gefühl, ich würde niemals jemanden sehen, wenn der auf mich zukommen würde. das macht die gasmaske so prima ja dann hat sich ja wieder eingeruggelt dann können wir einmal rein das ist aber nicht dieses städtchen das ist eine andere das was ich gemein hab guck mal kurz auf die Karte das ist Olscha irgendwo ein Mini-Hippie-Vorort sei das so gut und mach mal der Mikrofon vielleicht noch ein kleines bisschen dichter so geht es nicht mehr okay noch ein Stück nein es ist gut ich sehe ein Zombie der auf der Stelle läuft Jogi läuft auch schon wieder auf der Stelle vielleicht beiß ich in meine Tastatur ey ja dann start doch ein Rechner im Neu Quatsch Media und ich checken die Stadt hier mal aus ich hock mich in so eine Botze rein hier das Haus neben dem du eben gestanden hast das kleine Blockhaus ja wir wissen ja dass wir jetzt hier sacken meine Frames aber auch gerade ordentlich runter die Hirn sind zu wie es schaut gut dann bin ich mal eben Rechner neu starten ja ja das sieht wirklich alles sehr zu aus dann bis gleich EU und bei Häusern sind jetzt auch nicht unbedingt bitte lukrative Häuser sind das jetzt auch nicht unbedingt ne aber wir müssen uns jetzt hier kurz beschäftigen bis Flo kommt wenn ihr mal ne Kirche schauen ich glaub die ging auf oder kann sein kann sein stecken Kumpel auf der Straße ich leise weg machen oder ich mach ihn na komm nun die Axt User in your channel time down ich höre noch einen irgendwo einer ja siehst du irgendwo Reaktion ich nicht nö ich höre auch nix nö ich höre auch nix na doch da hinten ist einer jetzt noch mal einer Richtung wo gerade der andere war ja ich sehe um ok hier sieht doch alles clean aus aber die Kirche geht nicht auf du bist doch gerade reingelaufen ja aber nicht absichtlich sagen wirs mal so boah das ist aber auch echt nur so n kleines Dörfchen hier ja ich guck mal in welche richtung er macht das jedoch eben im haus ja ich bin durchgefallen hilfe ich bin im haus gefangen in dem glitschhaus runtergefallen quasi so meine ecke zu gehen und oder hohe auszusteigen doch manchmal auch bei mir alles ablatschen naja jetzt jetzt bin ich draußen lustig jetzt müssen wir tatsächlich ihr flow warten weißt du welches haus er gemeint hat wo er sich auslobten leider nicht so richtig ich denke ungefähr ich weiß wo das war da also blockhütte man könnte das hier gewesen sein blockhütte könnte durch das hier gewesen sein beispielsweise ich dachte eher da wo wir runtergelaufen sind ja kann auch sein immer dann gleich also dass ihr könntest du hier sein ob das hat gemeint ja ich glaube auch das ist ja nix tja dann müssen wir jetzt mal wieder warten wie hast du es eigentlich geschafft dass bei dir der ständer ausgeklappt ist wenn man rechts klickt und deploy ja ich habe es gerade gemerkt merkt man jetzt ein unterschied keine ahnung ob der unterschied von eingebaut ist da wie ich mal für mich aber eigentlich so ist im liegen für mehr stabilität theoretisch theoretisch oder ob es auch im sitzen geht wenn du es irgendwie auflegst keine ahnung könnte aber durchaus sein also mag jetzt aber auch so gefühlsding sein weißt du davon egal denn das ausgeklappt jetzt ist das ja für ruhiger sowas das nicht wie du hundertmal nacheinander deine waffe weg das ist nervig ich hasse das jetzt geht's wieder ich kann ja noch probieren und die endlich meine drin ging gar nicht mehr lustig wenn jetzt die draußen eine vorbeilaufen würde jetzt hat die tür wieder zugemacht überraschung das waffen ziehen geht bei mir gerade erstaunlich fix ja ne manchmal manchmal geht das alles ja manchmal nein richtig so ich würde aber sagen ich mache nochmal einen cut weil wer weiß wann flow wiederkommt also von dem her bis gleich so hoho flow ist da ja und dieses mal hoffentlich richtig so freund ihr müsst uns kurz den weg weisen damit wir jetzt mal hier vorankommen auf gehen auf die nur den genoten du wirst schon wissen wo du links musst ich hab nur so einen zwang geduckt zu laufen irgendwie voll jetzt kriegt die saue hunger vergiss es später nicht jetzt nein die habe ich noch in der tasche dann kannst du gleich haben die geht mir so auf den sack irgendwie ich finde das halt schade wenn das so warum packt also das sind also die wände noch durchgucken finde ich halt irgendwie doof das stehen bleiben gerade war beabsichtigt das muss ich jetzt aber kurz machen voll hinten rein gerannt flo so weit sind wir doch noch gar nicht nein ah fahrt aus der straße nach ist mir zu einer tange gekommen eigentlich gleich schon sehen von hier oben naja sehe ich auf jeden fall aber ich glaube wir verlieren die connection oder mehr hier läuft ganz schön weit hinaus aus feld oder wo ich stehe hier ich habe mich jetzt gerade hingestellt aber der server und das connected halt oh man heute ist aber auch irgendwie der wurm drin hier also einen neuen server suchen oder eben drei minuten warten oder so ich disconnecte mal eben darunter dann logge ich mich mal direkt wieder darauf ein war der scheint da zu sein hat ein pink von 55 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 sieht eigentlich ganz gut aus huch ja vielleicht klappt es ja mal gucken ein schöner screen der horst will dich ja doch jetzt jetzt klappt es jetzt ist es wieder da da war es da oder war der post na please wait das habe ich noch nicht mehr ich habe einen schwarzen bildschirm ich habe einen soundpack oh gott hoffentlich muss ich euch das nicht antun jetzt ok da kommt es gerade das spiel wo gleich wieder viele leute drauf glaubst du mal rechts von der straße ich sitze gerade noch ach so dann bist du schon wieder losgelaufen ne ich da bin ich sitz neben euch weit dann auf dich geht und mit